Der Antenne-Vater da gesetzt, wir überraschen deinen Papa und Madeleine, du hast mir geschrieben über Antenne-AT, heute möchtest du deinen Papa mal Danke sagen. Ja, also er war immer für mich da, hat mich immer unterstützt, also wir haben total viele Ausflüge gemacht, in der Volksstraße hat er mich immer auf die Schulausflüge begleitet und das sind für mich doch sehr schöne Erinnerungen und jetzt möchte ich ihm einfach ein kleines Dankeschön zurückgeben, dass er immer für uns da war. Wir sind jetzt in Völkermarkt, aber wir fahren jetzt gemeinsam nach Kaltenbrunn, weil da ist dein Papa und der weiß jetzt noch gar nichts, dass wir kommen. Nein, weiß er nicht. Im Gepäck, die Antenne-Morgenschubend, die dann exklusiv für deinen Papa einen Hit spielt und es gibt auch 100 Euro von Insity-Arkaden-Klagenfurt. Cool, ich freue mich. Dann fahren wir, auf geht's. So, wir sind jetzt in Kaltenbrunn angekommen, der Papa hat uns schon gesehen, jetzt werden wir mal Hallo sagen. Martin! Jetzt geht er wieder hinein ins Haus. Martin, grüß dich! Servus! Sind wir da richtig in Kaltenbrunn mit dir? Servus! Servus, grüß dich! Wie kommt ihr da her? Durch deine Tochter, die Madeleine? Baaah, das ist ein Sargastis. Du bist ein Taum, du. Du bekommst noch was. Was denn? Ein exklusives Geschenk, das es nirgends zu kaufen gibt, das habe auch ich dir mitgebracht. Beziehungsweise die Madeleine hat sich gemeldet bei mir. Ja, was habt ihr? Also, das, was heute nicht davor war, das Standle, was sie da singen. Genau, das Standle, beziehungsweise den Antenne-Hit, einen eigenen Vatertags-Hit. Ja, genau. Du bist der Schwetschen, du. Baaah, danke. So, Martin, wir sind extra zu dir gekommen und wir haben dir die Antenne-Morgenschub-Band mitgebracht, die nur für dich jetzt den eigenen und persönlichen Vatertags-Hit hat. Super, danke. Du bist der Gast, du. Jeder Tag mit dir ist einfach gewonnen, mit Rat und Tat bist du da. Du warst immer meine Stütze im Leben und mein Leben war nicht immer so klar. Ein Hoch auf dich, meinen Papa. Schon als Kind warst du mein Star. Bei jedem Ausflug kommt's mir vor, als ob's gestern war. Ich liebe dich, für dein Vertrauen, wenn's bei mir nicht läuft, kann ich auf dich bauen. Oh, oh, ich liebe dich, dich, zum Vatertag, zeige ich dir, wie ich dich mag. Der Antenne-Vatertags-Hit.